Herzlich willkommen bei uns an Bord. Wir sind jetzt gerade in Kontakt mit der Flugsicherung, um die Situation zu verbessern, um sie dann schnellstmöglich nach Frankfurt zu bringen. Der erste Wetter-Schwung ist schon durch. Wir wollen jetzt den kleinen Gap erwischen, der sich zwischen Frankfurt und Saarbrücken aktuell verwendet. Und wir hoffen, dass wir das mit der Flugsicherung ins Kolonieren bekommen. Für den Augenblick machen Sie es erst mal bequem bei uns an Bord. Später genießen Sie dann den Flugplatz bezüglich Ihrem Anschlussflügel. Seien Sie vergewissert, dass unsere Kollegen in Frankfurt uns auf dem Schirm haben, sobald wir Frankfurt erreichen und uns damit den entsprechenden Informationen versorgen, die wir dann schnellstmöglich an Sie weitergeben. Diesbezüglich bitte ich Sie, erkläre ich erst mal auf mich auf Ihre Schuld. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, guten Morgen von Flugzeug, Ihr Captain speaking. Mein Name ist Steffen Müller und wir haben auf Luft in den German Airlines in der Attack 4. Willkommen auf Bord. Wir waren jetzt auf Bord, so wir hatten schon schon sehr viel Zeit. So, at that point, danke sehr, vielen Dank. Nevertheless, wir haben eine so-called Slot-Time. Das heißt, wir haben einen Zeitraum für den Flugzeug zu bekommen. Unfortunately, dieser Zeitraum ist ungefähr 45 Minuten von jetzt. So, wir müssen hier warten. Nevertheless, wir sind in Kontakt mit der Firma und mit der Flugzeugkontrolle, um die Situation zu bekommen und um den Flugzeug zu bekommen. Bis zum Beispiel. Die siliconation in Frankfurt ist eigentlich in dericiones Insel corridors in der vicinity, weil das ist, so die Zeitraum, in der Zeitraum. So, das ist, so die Zeitraum, um Schlot-Time. Aber ich hoffe, wir sind positiv, um die Situation zu bekommen. Um die 반�ondichtlich, wo wir allestellungen aus, haben wir in Frankfurt! they have us offer our company have us on their screen and they will give us information according to your connecting flights as soon as possible and then we will present to you they don't need approach to her but all tapping is back relax and they don't have a pacifist Vielen Dank. Im Moment die Anflusssteuerung in Marburg ist im Moment 0 Flugzeuge, die ersten 10 Flugzeuge der Württemberg schon, das ist der Grund, warum wir uns hier in Berlin im Moment am Boden halten. Es gibt natürlich auch unsere Anflussflüge, das heißt, es ist gar nicht sichergestellt, dass die Flieger, mit denen sie weiter fliegen wollen, dass sie überhaupt in Marburg aktuell landen können. Daher bitte ich sie um ihre Bedürfnisse mit Kontakt mit der Flugsicherung als auch mit unserer Company, wie wir jetzt mit der Situation weiter erfahren, weil es ziemlich die nächsten Gewitter schon größer wurden, die dann zu unserer Ankunft, die dann in Marburg auf alles fährt. Diesbezüglich möchte ich sie nochmal ganz kurz um ihre Geduld bitten. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.